ARD Text im Auftrag von Funk Was macht eigentlich der Typ da oben? Ah ja, sag ich nicht. Oder er richtet seine Antennen oder was? Hey, tschau zusammen. Das sind wir wieder. Leanbacks, Finances und Mundag Gamestab in einer weiteren Runde. A Way Out. A Way Out. Und wir sind jetzt eigentlich schon relativ weit, würde ich meinen. Wir sind schon zweimal in den Bullen gekommen, einmal aus dem Knast und jetzt einmal vorher haben wir ihn auch noch abhauen müssen. Und wir sind zurück in der Zivilisation? Wir sind zurück in der Zivilisation, in der Nähe meiner Familie. Schauen wir mal, wo sie ist. Ja, der Typ. Und ich habe voll den Landsflare gerade. Ich schaue. Das wäre noch ein geiles Bild. Ja, egal. Was kann man dann da so machen? Ja, da kann man nicht. Da hat es irgendwie so einen kleinen Weg durch. Da geht es aber auch immer durch. Gehen wir mal da durch. Ich will nicht so close zu einem Pick-up with you again, man. Nein. Schau, einer. Da spielt einer Baseball. Das ist etwas für mich. Ich kann Baseball spielen. Ich will das mal nicht umgehen. Ja, ich will das mal gut. Du kannst es schmeissen? Ok, das ist nasty! Voll geil! Schau mal, wie das funktioniert. Schau! Oh, du kannst ihn nicht. Oh! Swing & Miss! Eins, zwei, drei! Nein! Oh Gott! Verdammt! Oh, schön, schön. Der war schön. Nein, f***. Dudes. Ah, shit. Boots. Schön. Schön. Oh, was? Der ist mir nahe in die Linsen. Nein, scheisse. Seht, wir wandern alle das, Tami. Guck. Nein, mischt. Nein. Mischt. Und eine noch andere. Oh, der ist schön, g'si. Swing and miss. Nice. Sehr schön. Du kannst zwar auch auf die Seite ziehen und so weiter und oben runter, aber... Ja, ja, ich weiss. Ah, der ist auch gut gewesen. Ah. Ah, crap. Thanks, I'm done. Thanks. Willst du mal probieren? Ich habe irgendwie 240 Eingel geschafft. Ja, ja, ich kann mal. Can I take a swing? Yep, go ahead. Thanks. Alright, jetzt. Gib mir mal. Alright, go ahead. Oh shit, ich kann wieder abgeben. Sure. Nice batting. Eins. Zwei. Drei. Oh, ja. Eins, zwei. Oh, sorry. Das ist... Alles easy. Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Oh, ja. Schön. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Kerrball. Good hit. Ah, eins, zwei, drei. Wir haben sogar... Ich habe eigentlich schon zu tun, oder was? Was? Ich kann das sein. Ich habe doch weniger getroffen als du, oder? Ja, es geht nur um, wie weit der Einti geflogen ist. Wie weit das kommt. Ja, ja. Ich glaube, wie weit der Einti ist. Shit. Ich habe gedacht, ich meinte, der ist sehr weggeflogen. Ja, gut. Wir sind uns einig, dass du heute der Baseball-Champion bist. Okay, I'm good. Sure. Nice batting. Hast du gut gemacht. Ja. Wir sind da dran. Wir sind spielen da ja. Entschuldigung, eine kurze Frage? Warte mal. Was ist denn? Ja, ich kann das sehen. Aber ich frage mich, ob du eine 30-Jährige Frau gesehen hast, mit einem Kind, so großartig? Ja. Sie ist heiß, nicht wahr? Natürlich ist sie. Sie ist meine Frau. Okay, ich verstehe dich. Das ist die Emitierte, oder? So, wann war die letzte Mal, dass du sie gesehen hast? Ich sehe sie jeden Tag. Oh, ja? Wo ist sie? Wie ist sie nicht? Wie ist sie nicht, wo es dein Lieblingsfrau ist? Keine Ahnung, warte mal, wo sie ist. Okay, weiter nach dem Weg. Okay. Okay. Es ist immer komisch, dass er immer weiss, wo unsere Frau ist. Hey. Was für ein Job? Was für ein Job? Oh, fuck. Ich habe dich eingesperrt. Sorry. Ja, ja, ich bin der Lieblingsfrau. Ja, ja, ich bin der Lieblingsfrau. Alles easy. Solange ich dann wieder rauskomme. Hm, okay. Es hat überhaupt nichts gebracht. Wir müssen da hinten aus, irgendwie eine Strasse anbauen oder so. Das ist mein Kind oder was? Hey, Leo. I think I see your kid down there. Let's check it out. Kido! Der ist schon voll und wachs. Hey, help me out. Ich komme. Lass mich zu meinem Kind. Ja, jetzt beruhig dich mal. Hey, Linda. Over here. Leo. Hey. Hey. Die sind gerade in einem Motorrad am Barschen. Okay. Genau jetzt, äh, fahre Polen an, nach Logan. Afternoon, ma'am. Ist alles alles gut hier? Was willst du? Möchtest du, wenn wir dir ein paar Fragen stellen? Ja, ich möchtest. Ich bin hier ziemlich beschäftigt. Ma'am. Ja. Ihr husband ist aus der Prise. Stop calling me ma'am. Okay? I have no clue, where he is. Listen. If he tries to make contact with you, you let us know. Ja. Sure. Also bei mir haben viele Dinge gerade die Untertitel liegen. Bye. Also. We should be fine now. Right. Hä? Bei mir. Geh an, Sigmi. Oh man, ich kann auch untertiteln mehr. We good? Of course we are. You okay? Yeah, yeah. I'm fine. Good. Hey Alex, look who's here. Alex! Hey buddy. Hey baby. Okay. Hey. Hey. Cool. 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 Sie ist eine recht verständnisvolle Frau. Obwohl er ein Knaschbruder ist. Sie heben auch voll zu ihm. Er hat gar nichts gesagt, dass er oben ist und so weiter. Das wäre auch eine Erratung. Wes Game war schon 10. Das war schon lange. Ich muss noch etwas reden. Du machst es dort etwas bequem oder was? Nein, ich stehe jetzt mal dumm daneben. Wie fühlst du dich? Komm dich mal um dein Kind. Okay. Kann ich etwas mit dir reden? Hey. Ja gut, dort geht natürlich den Mundart Games wieder an oder was? Kaum gehe ich weg, geht der wieder dort an oder was? Wird es seltsam. Warte, jetzt mache ich mich mal mit deiner Frau bekannt. Schau, jetzt mache ich etwas klug. Ist das nett? Ich habe das Stress mit meinem Buben. Schön. 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 Es ist wirklich ein schönes Fahrrad. Ja, danke. Wir sehen schon, dass der Sonne schlägt an Licht irgendwo hin. Mhm. Mhm. I could use your help. Can you get something for me? You need a help with something? Mhm. Yeah, I do. Grab me a wrench from the shed over there, please. Oh, im Baumhaus gehen. Und ich muss einen Schraubenschlüssel für deine Frau holen. Oh, da kann man Darts spielen. Ja. Ah, wirklich. Darts wäre jetzt auch noch geil, man. Ein kleines Ründer. Oh, man. Here you go, ma'am. Thanks. Alright. Want to start it up for me? Yeah, I could do that. Go ahead. Warte. Ich helfe noch schnell deine Frau da beim Starten. Ja, hey. Der Mundart Games da vergeschafft wird wieder mit äh... Mit Frauen. Wow. Hahaha. Eine Minute, 37 Sekunden später. Dammit. Ah. Ich hoffe, es hat gewirkt. Alright, I got this. Watch me. Okay. Soll ich es mal probieren? Du hast jetzt 51 Sekunden. Easy. Jetzt kommt der Mundart Games. Schauen wir mal, wie der sich da dort... Beautiful. Beautiful. Du musst eben auf triple 20 zielen. Beautiful. Oh, das ist ein Mitte. Ja, Mitte ist gerade nur so 50 Punkte oder so. Ja. Ah, wirklich? Oh, schau mal da. Triple 20, Mann. Und das dreimal. Das ist ja schwierig. Almost there. Oh. Ja, es war leider noch das 20. Ja, das war gut. Ja, das war gut. Enough of this shit. Und wir shakeren da. Ah, ja. Baby. Nur gleich der Gas geben. Kickstart my heart. Yeah, yeah. Ja, rett du lieber mal mit deinem Braten. Ja, ich weiss gar nicht, wo das Baumhaus ist. Ja, dann such. Richtig. Also, du gehackt den Baumhaus. D'you're doing. Aire do'la. Eben. Geht doch. Ich kann dafür nicht durch den Haag durch. Aber der hat ein super geiles Baumhaus. Ja voll. Jetzt zieht er einfach die Leitere ein. Ich glaube, das wäre ein Wunsch von jedem Kind, ein Traumhaus zu sehen. Ich mache noch mal einen Wurf. Noch mal triple 20. Was ist los? Du musst nie sagen. Ich blende dich einfach über. Langsam verschwinde ich. Jetzt machen wir eine Umarmung. Ich liebe dich, Junge. Ich liebe dich sehr. Oh, Röner heißt Basket. Nein, du bist nicht. Ja, ich bin. Willst du irgendwelche Hubs schießen? Ich kann nicht finden, dass wir gehen sollten. Komm mal, nur ein Spiel? Ja, nur ein Spiel. Okay, Leute. Ein Spiel. Bereit um zu verlieren, Junge. Ich werde gewinnen. Jetzt zerstören wir den Sohn von dir. Jetzt zerstören wir den Sohn. Jetzt zerstören wir ihn. Geil, jetzt können wir noch ein Bass machen. Okay. Jetzt haben wir sicher schon... Okay. Aussen werfen. Komm. Ja, was? Als ob ich zu dir gehen würde. Kann. Ich versuche mal zu dir zu gehen. Ich kann nicht... Was ist das? Komm mal. Ha. Komm. Nein, komm. Komm, geh da rüber. Komm, Digga. Nein, ich habe ihn durchgeteilt. Ja. Wir leben. Niemals. Da, Digga. Und jetzt mache ich einen Slam Dunk. Nein, Scheisse. Nein, den Kleid hat er nicht gekriegt. Wo ist er? Yes. Da, Digga. Wir sind die Einzigen, die hier irgendwie... Applaus... Oh, schön. Slam Dunk. Boah. Wie schaffst du das, Amis? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? So wie ich einen Nocti noch rein tankt habe, oder was? Ja. Bei mir hat es wohl den Buck. Wie meinst du Buck? Okay. Wir sind der Naturale. Wir sind der Nullfrau. Wir sind der Nullfrau. Wir sind der Nullfrau. Wie schaffst du das? Sie sind die Leute, dass ihr gut sein könnt? Wir sind. Aber ich muss schnell gehen. Ja, ich weiß. Ich bin froh, dass er wiederummehrt ist. Ja. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich werde noch ein wenig mit ihren neuen Amten. So. Ich habe dich zuerstören gerade. So ein Basque. Ich habe dich zuerst. So ein Basque. Du hast das Gefühl, wenn wir das so aufnehmen wollen. Let's just leave him. Let's get out of here. Moondore Games schikoniert mein Sohn noch ein bisschen, bevor wir da wieder weiterziehen. It is what it is. This is the life we chose, Leo. Let's just deal with it. Ich gehe zum Wohnwagen. Der war streng, 100%. Was für ein Scheissplatz, Mann. No, ich bin doch einer, Mann. Okay, I promise. Was auch so. I promise. Ah, und sie gibt nur eine Pistole. Das ist doch gut. Here you go. Knarre. I love you. I love you too. Und jetzt? You see my shots? Yeah, you were really good. Like I said, you were a real pro. Du bist voll scheisse gewesen. Du hast gar nichts geschafft. Ich habe dich zerstört. Ich habe dich zerstört. I have to leave now. Das war gesund. Du warst scheisse. Deswegen muss ich jetzt gehen. Can we play one more game? Next time I promise. Now come on. Wir sehen uns wieder, wenn du besser spielst. Wir sehen uns wieder, wenn du besser spielst. Aber bis dahin. JP macht. Oh shit. Oh my god, das hat mich jetzt gekillt. Oh shit. Oh shit. Hey 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 hey. Where do you think you're going? We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Drohen. Bluffen oder drohen? Er kommt mit ihm mal... Bluffen. Oh yeah? And you're going to stop me? You'll have to excuse my colleague. He hasn't had his morning coffee yet. But he's right though. We're here to check if this site is up to code. Jesus Christ. Another inspection? What is with you guys? Just keep calm and calm and calm and calm. That's how we keep you honest. That's right. Well, okay. I think it works. There you go. Well... You better hope you're building the code man. Hmm. The inspection's... I mean these guys are insane. Well, we're the Inspekteur. Nice job. I wish I could say the same. No, you're going to get them back. Why would I talk to you? We're getting them back. Okay. I can help it. I've been like this since I was a kid. Yeah, right. Alright, I bet you were just a sweet little boy. No I wasn't. What are you talking about? Relax tough guy. Are you being sarcastic? Ja gut, nach dieser sportlichen Folge würde ich sagen, wir machen da nochmal einen Cut. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.